Und damit, hallo und herzlich willkommen meine lieben Retro-Freunde, hier bei eurem Retro-Juli und zu einem neuen Part von Kena Bridge of Spirits. Ja, wir stehen ja genau vor dem letzten Relikt, das wir hier für Toshi, Toshis Lieben brauchen. Und ich war fleißig offscreen, denn ich habe in sämtlichen Gebieten, wo ich schon war, alles schon gesammelt. Außer im Dorf, das konnte ich noch nicht, weil da zählt diese Ebene noch mit dazu, wo wir jetzt hinkommen. Das könnte ich noch nicht sammeln, aber zum Beispiel das Lagerhaus, die Felder, das Dorf, Herz. Was haben wir noch? Taros Baum, Vergessener Wald, Rusuberg, alles komplett hier zu weit. Also sprich nur noch, das Dorf fehlt mir. Upgrades habe ich auch. Was habe ich da geholt? Glaub ich, was wissen wir doch nicht, was wir noch nicht hatten. Glaub ich, das hier? Ich glaube hier, dass ich fünf Pfeile abschieben kann. Irgendwas habe ich hiervon noch geholt. Wir sehen jetzt noch drei Fähigkeiten fehlen mir noch, damit ich alles komplett habe. Und fünf Rot fehlen mir noch, um genau, um ein Level abzubekommen. Aber gucken wir mal, die fehlen jetzt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Genau, die fünf fehlen mir dann natürlich noch. Also, Level fünf höher kommt es da also nicht. Und jetzt machen wir uns hier auf, durch dieses Geistertor durchzudaschen. Das habe ich schon vergessen, wie es hier... Genau so. Und das letzte Relikt, Pfad des Kriegers. Das letzte Toshi-Relikt zu holen, ja. Also sprich, kommt gleich, fahren wir auch gleich wieder an mit dem Bosskampf. Warte mal, hier muss ich wohl auch... Okay, ich werde gleich begrüßt von den Gegner. Ach, wahrscheinlich... Ja, jetzt habe ich es jetzt... Jetzt habe ich es gesehen. Das wurde falsch reinvoll. Was ist das hier? Weil da ein Stern oder was immer das ist? Ja, 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 Mensch. Das habe ich jetzt zu spät gesehen. So, jetzt kann ich weiter, oder wo? Äh, wo bin ich jetzt hier landet? Wo bin ich jetzt, wo bin ich jetzt rausgekommen? Das war jetzt ein bisschen eigenartig. Oh, na ja. Äh, ah, was soll ich sagen, wir kommen jetzt hier vorbei? Okay. Okay. So. Nach so einer kleinen Ebene zu kämpfen, ist nicht gerade für ein Vorteil hier. Das ist wohl ein bisschen... Jetzt habe ich hier so ein... So ein Dash-Tor. Oh, hier kann ich einfach vorbeilaufen. Oh, hier ist ohnehin getromischt. Oh, hier muss ich jetzt hier rüber. So, jetzt muss ich mich die Sache mal angucken, ja. Wo sehe ich jetzt hin? Darauf komme ich doch, glaube ich. Darauf komme ich ja nicht. Das ist jetzt, wenn ich hier durchdäsche, was passiert? Was passiert denn da? Achso, war anscheinend richtig. Das ist sehr verwirrend aufgebaut, irgendwie. Jetzt kann ich das teilen, irgendwie. Das hilft mir auch nicht wirklich, ja. Ich muss mich da dann mal... Achso. Boah, ich jetzt wahrscheinlich zu langsam, oder? Ah, jetzt... Ja, ja. Oh, ich habe es geschafft, ich habe es geschafft, ich habe es geschafft. So, jetzt kommt wahrscheinlich... ...ein Boss, oder? Das ist sehr, sehr... ...das ist sehr verwirrend hier, irgendwie. Kann ich die Gegner erstmal holen? Dann kann ich hier wohl auch. Irrt ihr mich hier um? Ja, das ist... Ich habe es geschafft, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft, eigentlich. Tja, hab ich euch mal ausgedrückt, ne? Ihr könnt mir gar nichts, könnt ihr mich. So, System durchgespielt hier. Ja, warum so eine Plattform nicht nutzen? Mensch, ihr nicht da ist? Mach das Ding mal weg, das brauche ich wahrscheinlich, oder? Oder ist hier irgendwas so versteckt? Brauche ich die Steine, um irgendwo hochzukommen? Ja, jo. Wahrscheinlich da hin. So. Hier geht's wahrscheinlich, ne, hier geht's ja auch nicht weiter. Gibt nur den einen Weg da. Oder hier geht's noch lang? Ne. Was ist denn hier? Was ist denn da rum? Okay, da weiß ich da reinfallen, oder nicht? Ich glaub, da weiß ich da reinfallen, oder? Gibt's ja, da muss es ja auch noch einen Hinweis geben. Irgendeinen Hinweis muss es doch hier geben, für die Rheinfeuer. Ich erkenne auch nicht wirklich irgendwas. Es leuchtet hier mal auf, ja, aber... Es muss doch irgendwas geben, was, was, was darauf hindeutet. Wie... Wenn ich das... Wer hier reinfall jetzt abschicken solltest. Die Dinger helfen mir jetzt auch nicht wirklich weiter. Hä? Das ist komisch. Hm. 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 Was mach ich denn jetzt? Gib mir irgendeinen Hinweis. Ich mein, es muss ja irgendwas geben. Irgendein... Irgendein Detail, was ich nicht sehe. Aber hier auch drauf kann ich nicht steigen. Mama. 유... B Songs erst mal den Blumenreich? Guck! Was habt ihr jetzt finally bei dir gemacht? M Bsp! das ist mit Sicherheit nicht richtig muss ich ihn abschießen wenn ich hier drauf stehe oder was ich verstehe das nicht ich kann mir das nur vorstellen dass ich das ist jens links das kommt danach dann kommt das und dann kommt das hier dass ich da immer wenn ich da drauf stehe muss ich vielleicht irgendein Teil abschießen also das ist jetzt das jens rechts das ist für mich jetzt die einzige logische schlussfolgerung dass das hier das hier ist denn das hier das daneben denn das hier was soll das bedeuten was soll das bedeuten ganz ehrlich sagts mir was soll ich hier machen das war jetzt die einzelne variante die ich die ich hatte ansonsten fällt mir ja nichts ist nicht nur stein jetzt doch kein wirklich irgendwas hat mit die dinge zu tun mit die platten die ich so stehe aber was die sehen doch alle gleich aus oder ich gucke mal da drauf für mich sehen die alle gleich aus für mich sehen die alle gleich aus ich glaube ich muss nachher ich muss nachschauen ich bin fällt nichts ein ich kann das nicht deuten hier was das bedeuten soll an die sterne kann ich mich nicht richten an die sterne kann ich mich nicht richten die säulen sehen alle gleich aus warte mal da ist auch ein strand ich sitze hier irgendwo an die ne ich muss nachschauen ich weiß echt nicht was ich da machen soll also wie komm ich hier kommst du wohl nicht lang also ich glaub wir sehen uns gleich wohl ich weiß echt sonst kein Rat hier so ich hab's jetzt rausgefunden noch ein bisschen schauen und so habe ich es jetzt rausbekommen was das rätsel Lösung ist und zwar schaut mal hin wenn du dich auf die plattform hier stellst das ist mir einfach absolut nicht aufgefallen da habe ich auch nicht drauf geachtet jetzt ehrlich jedenfalls nicht wo ich auf die plattform gestanden habe wenn du mich hier drauf stellst so jetzt schaut mal da leuchten da die sterne auf also vier sterne wenn ich runter gehe gehen die wohl weg also ist diese säule die vierte dann wenn du mich hier drauf stelle jetzt leuchten zwei das heißt das ist die zweite jetzt stellen wir uns mal hier oben hin da leuchten jetzt glaube ich drei genau das ist die dritte also das ist die erste erste zweite dritte vierte ja ich habe das echt nicht bemerkt so also das hier das hier das hier dann das hier und dann das hier ist mir echt nicht aufgefallen hier meine Güte so wo sind wir jetzt jetzt müssen wir ein bisschen schlettern ich denke mal der Boss dürfte nicht weit sein das ist hier nochmal eine plattform dann geht es da durch dann geht es hier oben höher etwas etwas ist ich will auch irgendwas zu gucken ich stelle mich mal auf die Platte von mir das ne das ist hilft mir jetzt nicht weiter also müssen wir da weiter loben was ist das was ist das denn was ist das denn hä hier muss ich doch lang oder warte mal wenn ich erst ich muss wahrscheinlich erst ja war ja klar ich muss mich wahrscheinlich beeilen äh wo ich werde dran denken bin ich jetzt richtig sieht so aus aber ja jetzt kommt ein Boss jetzt kommt mit ziemlicher Sicherheit ein Boss ein Pfad des Kriegers öff ok weiten wir uns schon mal drauf vor wird man hat hier wieder viele Deckungsmöglichkeiten dann nehmen wir heißen wir mal ein zwei zwei ok ja man hat hier viele Deckungsmöglichkeiten komme ich hier irgendwie drauf ja vielleicht kann ich da ein bisschen cheat wenn der jetzt keine Distanzangriffe kann ist das natürlich sehr praktisch schauen wir mal jetzt haben wir hier eine riesengroße Glocke die müssen wir betätigen da kommt eine Erinnerung raus ok beziehungsweise so ein so ein Sequenz da dass der Boss kommt glaube ich ja 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 oben oben werden kann sehen wir pud und oben 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 unten Krieger. Ja, ich hau daneben. Okay, er macht's kaputt. Okay. Achtung! Na, Zeit für den Durch zu dischen. Ich bräuchte Energie. Ah. Ah, nicht. Was ist denn der Attacken? Die Wörfenalarm. Scheiße. Aber der Jett, glaube ich. Der Jett, glaube ich. Ich muss aber seine Attacken... Ich hätte... Gut, gut, gut. Ne, das geht klar. Gut, denke ich. Oh, ey, der Energieteil war doch weg, oder? Ich habe doch nur eins genommen. Ja, mach's gleich kaputt. Ja. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.